Das hier ist eher so ein 90er Jahre Gericht, würde ich sagen, wurde gerne auf Partys serviert. Die Sojasauce war genau so mit dem rauchigen Geschmack und dieser etwas deftigen Note im Abgang auch in sehr zylindrischen Gefäßen aufzufinden. Ich bin aber ehrlich, es ist nicht zum Verzehr geeignet. Nur weil etwas auf einem Fliesentisch steht, heißt es nicht, dass man es in den Mund nehmen sollte. Hab den Namen der Person, die mir das Gericht empfohlen hat, mal hier aufgeschrieben. Falls hier jemand kontaktieren will, einfach. Ich würde dem Gericht drei von fünf Sternen geben.